Alhamdulillahi Rabbil Alameen Was salatu was salamu ala khaydi khallqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et aslima kathira Im Namen Allahs, Allah barmas barmherzigen Allahs Segen, Heil barmherzigkeit dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird es recht geleitet und du wirst niemanden finden können der ihn die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird es irre geleitet und du wirst niemanden finden können der ihn recht leitet Die besten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Erfindung jede Erfindung ist ein Irrtum und jeder Irrtum führt letztendlich zur Hölle Liebe Geschwister, wir haben heute nach dem Wuhrgebet uns über zwei wichtige Themen unterhalten, an denen wir jetzt anknüpfen möchten. Das erste Thema war wenn man heiraten möchte auf was man zu achten hat und wir haben über manche Aspekte darüber gesprochen. Wir haben gesprochen über die Khitbah, wie sie funktioniert und vielen Dank wie sie funktioniert, die Khitbah und welche Regeln man da beachten muss welche Frauen man gegenüber den Heiratswunsch eindeutig ausdrücken darf welchen Frauen gegenüber man nur einen mehrdeutigen Heiratswunsch ausdrücken darf und welchen Frauen gegenüber man gar keinen Heiratswunsch ausdrücken darf. Das war das, was wir hauptsächlich gesprochen haben. Und dann haben wir über die Bedingungen bei Eheverträgen gesprochen. Wir haben gesagt, dass es Bedingungen gibt, die Allah gesetzt hat. Die müssen auf jeden Fall erfüllt werden, sonst ist der Vertrag ungültig. Dann haben wir gesagt, es gibt Bedingungen, die aber die Vertragspartner selbst setzen. Der Mann oder die Frau die den Vertrag eingehen. Sie haben bestimmte Bedingungen, aus denen sie sich einen Nutzen erhoffen und diese Bedingungen stellen sie. Und diese Bedingungen sind entweder gültig oder ungültig. Wenn sie gültig sind, Alhamdulillah, wenn sie ungültig sind, dann ist entweder nur die Bedingung gültig und der Vertrag bleibt. Nur die Bedingung ist ungültig und der Vertrag bleibt gültig. Oder beides wird ungültig. Wir haben Nikah al-Tahlil, Nikah al-Shirad, Nikah al-Muta'a als Beispiele dafür erwähnt. Jetzt möchten wir uns unterhalten, nachdem wir diesen Ehevertrag eingegangen sind. Und jetzt bereuen wir, dass wir diesen Ehevertrag eingegangen sind. Und wir möchten diesen Ehevertrag wieder auflösen. Wie geht das? Zur Barmherzigkeit Allahs, subhanahu ta'ala gehört es, dass er im Islam es gesetzlich gemacht hat, dass man genauso wie man geheiratet hat, dass man auch wieder sich voneinander trennen kann. Denn die Scheidung ist eine Lösung für ein Problem. Soll eine Lösung für ein Problem sein. Im Gegensatz zu Völkern von uns, bei denen es keine Scheidung gibt. Also es gibt bis heutzutage die katholischen Christen, bei ihnen gibt es Scheidung nicht. Religiös gesehen gibt es das nicht. Und deswegen gehört es zur Barmherzigkeit Allahs, dass er dieses Gesetz uns so erlassen hat. Alhamdulillah. Die Art der Scheidung im Islam, Scheidung jetzt im Deutschen ist ein Begriff für jede Art der Trennung von Mann und Frau. Im Islam unterscheiden wir zwischen verschiedenen Arten von Trennung. Okay? Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Trennung. Und zwar von, wir unterscheiden zwei beziehungsweise drei verschiedene Arten. Wir haben einmal Al-Taraq und als zweites haben wir Al-Fasch und als drittes haben wir Al-Khul'i. Und ich werde gleich sagen, warum ich gesagt habe zwei oder drei, weil manche Gelehrte bezeichnen Al-Khul'i als eine Art Taraq und manche Gelehrte sagen Al-Khul'i ist eine eigenständige Kategorie. Was das bedeutet, werden wir in Shara Ta'ala im Laufe des Vortrages sehen. Fangen wir mit der ersten Kategorie an, mit Al-Fasch. Fasch auf deutsch übersetzt bedeutet einfach Vertragsauflösung, Vertragsannulierung, Aufhebung. Wir haben vorhin von Bedingungen gesprochen, die gestellt werden bei Verträgen. Und jetzt wird interessant, jetzt erkennen wir jetzt den Nutzen von diesen Bedingungen, die gestellt worden sind. Jede gültige Bedingung, die einer der Ehepartner gestellt hat, sie muss eingehalten werden. Sobald sie nicht eingehalten wird, hat derjenige, der in Bezug auf diese Bedingungen verletzt worden ist, das Recht, den Vertrag aufzulösen. Er hat das Recht, den Vertrag aufzulösen. Machen wir ein Beispiel. Ein Mann verheiratet seine Tochter und hat Angst um sie. Und weil er kennt, der Mann hat ihn kennengelernt, er seine Tochter heiratet, aber er möchte auf eine Masiche gehen und sagt, ich verheirate dich, ich verheirate meine Tochter an dich, unter der Bedingung, dass du ein Jahr lang in der Stadt bleibst, wo ich wohne gerade. Er ist in Heidelberg und die Tochter ist in Heidelberg und der Mann kommt von außerhalb und er kommt hierher, aber er soll erst mal ein Jahr nach der Ehe in der gleichen Stadt bleiben. Warum? Weil er möchte sicher gehen, dass er sich um seine Tochter noch kümmern kann, falls es Probleme gibt und so weiter und so fort. Sobald der Mann dann umzieht und aus der Stadt rausgeht und sagt, nein, ich möchte zurück in meine Heimat gehen, ich habe eine Arbeit bekommen, nach einem Monat, nach zwei Monaten, nach drei Monaten. In diesem Moment, wo die, in dem Moment, wo die Frau davon erfährt, hat sie das Recht, von ihrer Bedingung jetzt Gebrauch zu machen. Und sie kann sagen, Moment, ich möchte diesen Vertrag auflösen. Und der Mann kann nicht ihr Nein sagen, weil das ist eine Bedingung. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, al muslimuna ala shiruotihim. Die Muslime haben sich an die gestellten Bedingungen zu halten. Und deswegen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo wir erkennen, liebe Geschwister, die Wichtigkeit des islamischen Vertrages und dass man ihn auch tatsächlich ordentlich aufsetzt, aufschreibt und auch bezeugen lässt und sich Gedanken macht über die Bedingungen, die man aufschreiben möchte. Also die meisten Verträge, die ich bis jetzt mit den Leuten gemacht habe, die Leute haben, die haben bei Bedingungen eher so den Eindruck erweckt, dass sie gar nicht gewusst haben, dass überhaupt Bedingungen möglich sind zu stellen. Die Frage, gibt es Bedingungen von eurer Seite? Nein. Geht es Bedingungen von eurer Seite? Nein. Was sollen wir auch stellen, so nach dem Motto, was sollen wir überhaupt auch stellen? Ja. Und das ist schade. Wie gesagt, in diesem Moment hätten sie die Möglichkeit gehabt und dadurch kann man zukünftige Konflikte sehr, sehr einfach vermeiden. Also so hat gerade die Frau, für den Mann ist es relativ einfach. Für den Mann ist es relativ einfach, weil der Mann, er hat in seiner Hand den Talak. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dem Mann die Möglichkeit gegeben, den Talak zu sprechen. Aber die Frau, sie hat eine andere Möglichkeit, wie wir sehen werden, aber durch diese Stellung von Bedingungen kann sie sehr einfach davon Gebrauch machen, auf Nummer sicher gehen. Sie hat zum Beispiel Angst, dass er ihr Mahar nicht zahlt. Mahar ausgemacht von 5000 Euro. Sie kann sagen, unter der Bedingung, natürlich, normalerweise steht ihr der Mahar sofort zu. Und wenn der Mann den Mahar normalerweise sofort bezahlen muss, also nach Vertrag, und er macht es nicht, sie hat das Recht, sich zu weigern, in sein Haus zu gehen. Sie hat das Recht zu sagen, ich möchte mich nicht ihm widmen, ich möchte mich nicht zu ihm umziehen in sein Haus, weil er hat mir mein Recht nur nicht gegeben. Deswegen, man kann von diesen Bedingungen... Sie kann zum Beispiel sagen, ich gehe diesen Ehevertrag ein unter der Bedingung, dass du mir diesen Mahl innerhalb von einem Jahr bezahlst. Wenn nicht, möchte ich das Recht haben, zum Vertrag auszusteigen. So kann man den anderen sehr gut dazu bringen, sich an diese Sachen auch wirklich zu halten. Wenn der Mann dann den Mahar nicht bezahlt nach diesem einen Jahr, sie kann sagen, ich verzichte darauf. Sie kann sagen, nach einem Jahr, ja, ich habe damals die Bedingungen gestellt, aber jetzt, ich möchte von dieser Bedingung nicht Gebrauch machen, in dem Moment verfällt ihr Recht für immer und ewig. So einfach ist es ja. Okay. Fasch ist kein Taraq. Was heißt das? Das bedeutet, Nummer eins, es wird nicht als einer von drei Taraq gewertet. Ihr wisst, der Mann kann zweimal die Frau widerruflich scheiden, Talqa Raji'ya zweimal, und beim dritten Mal ist es Bajnuna, das heißt, man kann sie nicht mehr zurücknehmen. Beim Fasch wird es nicht als ein Taraq gewertet. Das heißt also, es ist ein großer Nutzen darin, weil wenn die aufgebraucht sind, hat man ein Problem. Die zweite Sache, die sich daraus ergeht, durch den Fasch, mindestens, es ergibt sich mehrere Regelungen, ja, aber das sind die wichtigsten, die man vielleicht in dem Moment sagen kann. Wenn der Fasch kein Taraq ist, ergibt sich auch nach dieser Vertragsauslösung keine Idda für den Taraq. Das heißt, diese Wartezeit, die wir normalerweise haben, nach einem Taraq, ergibt sich daraus nicht. Ich werde, inshallah ta'ala, wenn wir über Taraq sprechen, ausführlicher sagen, was diese Idda, wie lange sie dauert, und wie man sie berechnet, inshallah ta'ala, werde ich genauer darauf eingehen. Aber wichtig, es ist kein Taraq, also ergibt sich daraus keine Idda für einen Taraq, sondern es ergibt sich eine andere Idda, die für uns jetzt nicht relevant ist. Drittens, den Taraq, den darf man nicht sprechen, wann man will. Es gibt Phasen, während man einen Taraq nicht sprechen darf und ist Haram. Der Fasch hat damit nichts zu tun. Der Fasch findet statt in dem Moment, wo die Bedingung nicht eingehalten worden ist. Egal war. Das sind mindestens drei Sachen, die sich daraus ergeben, dass wir sagen, es ist ein Fasch und es ist kein Taraq. Es ist eine Vertragsauslösung und keine Bescheidung im Namen als Taraq. Ta'ib. Das sind die Sachen, die wir diesbezüglich sagen möchten. Ta'ib. Jetzt, wie steht es um die Brautgabe, den Maher? Dieser Fasch kann stattfinden, entweder vor dem Eingehen zur Frau, vor Dukhol, oder danach. Wenn es vorher stattgefunden hat, steht der Frau nichts zu. Wenn es vorher stattgefunden hat, steht der Frau kein Maher zu. Sondern, ihr steht eine Abfindung zu. Das heißt also, man soll ihr aus gutem Charakter, gehört es zu einem Muslim, dass er einer Frau, wenn er sie geschieden hat, ein Geschenk gibt, eine Abfindung gibt. Man kann keinen bestimmten Betrag, keinen bestimmten Wert nennen, weil das hängt ab von Gesellschaft zu Gesellschaft und Person zu Person. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Auf Deutsch übersetzt, Doch gewährt ihnen eine Abfindung, der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte, das heißt der Arme, entsprechend seinen Verhältnissen. Eine Abfindung in rechtlicher Weise. Abfindung in rechtlicher Weise heißt immer, man soll das machen, was gang und gäbe ist. Man soll das machen, was alle anderen auch normalerweise erwarten, dass man gibt in dieser Situation. Dies ist eine Pflicht für die Gutestuenden. Dies ist eine Pflicht für die Gutestuenden. Es gibt eine sehr schöne Geschichte über Shurikh Al-Qadhi, einer der berühmten Richter im Islam. Jemand hat sich von einer Frau scheiden lassen. Und es war vor dem Eingehen zur Frau, vor dem Buch. In diesem Fall steht ihr kein Mahr zu. Keine bestimmte Brautgabe steht ihr nicht zu. Wie gesagt, sofern sie natürlich nicht definiert war. Sofern sie nicht definiert war, steht ihr die Hälfte zu. Weil sofern sie nicht definiert war. Wie dem auch sei, der Richter, Shurikh Al-Qadhi, sagte zu dem Mann, schenk ihr, gib ihr eine Abfindung. Gib ihr eine Matar, ein kleines Geschenk. Dann sagt er, nein, ich will nicht. Ist eine Pflicht, sagt er, nein, ich will nicht. Dann sagt er, nein, ich will nicht. Dann sagt er, haqqan ala, haqqan ala al-Muhsini. Das heißt, es ist eine Pflicht für diejenigen, die Gutes tun wollen. Und sagt er, ich will aber trotzdem nicht. Ist es Pflicht? Nein, ich will trotzdem nicht. Dann sagt er, in einem anderen Ayah, haqqan ala al-Muttaqin. Eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Das heißt, wenn du ein Gottesfürchtiger sein willst, dann musst du es machen. Er sagt, es ist Pflicht. Er sagt, nein, ich will es nicht. Dann sagt er, kein Problem, brauchst du nicht. Jahre später kam es zu einem ganz anderen Prozess vor Gericht, bei dem Richter. Wo man diesen Ehemann als Zeugen brauchte. Und da wollte er als Zeuge aussagen. Und dann hat der Richter gesagt zu ihm, deine Zeugenaussage verwerfe ich. Ich nehme sie nicht an. Er sagt, warum? Er sagt, weil du wolltest nicht zu den Muttaqin gehören. Und du wolltest auch nicht zu den Muhsini gehören. Salam alaikum. Du wolltest weder zu den Gottesfürchtigen gehören, noch was zu den Gutes tun. Denn was brauche ich nicht als Zeuge, der wieder so ein Mensch zu machen ist. Und dann hat er ihn ausgeschlossen. Das weist darauf hin, dass der Mensch, und das ist auch wahr, weil der Mensch, damit er ein redlicher Mensch ist, auf Arabisch nennt man Adel, redlich, unbescholten. Das sind diejenigen Menschen sprachlich gesehen, die, wenn sie was sagen, ihre Aussage wird anerkannt. In der Gesellschaft, das sind vertrauenswürdige Menschen, die, wenn sie was sagen, ihre Aussage hat Anerkennung. Man wirft ihnen keine Lügen vor, man wirft ihnen nicht schlecht vor, sie sind gute Menschen. In Islam natürlich per Definition, sie begehen keine großen Sünden und sie beharren nicht auf kleinen Sünden. Diese Person, damit sie überhaupt eine Anerkennung genießt in der Gesellschaft, muss sie natürlich jemand sein, der auch Gutes tut. Wie soll sie dann die Anerkennung unter den Leuten genießen? Und deswegen hat er ihre Aussage verweigert. Der zweite Fall ist, dass der Mahr definiert wird. Der erste Fall war, der Mahr wurde nicht definiert. Das heißt was? Man hat geheiratet, man hat sich nicht unterhalten darüber, wie hoch der Mahr ist, wie hoch die Brautgabe ist. In diesem Fall war es nicht definiert. Jetzt der zweite Fall, der Mahr war definiert, zum Beispiel auf 10.000 Euro. Wenn der Mahr definiert war auf 10.000 Euro, zum Beispiel, und die Scheidung findet statt, bevor der Mann zu der Frau eingegangen ist, dann steht ihr die Hälfte des Mahr zu. Und wenn nach dem Eingang natürlich steht, der ganze Mahr zu, ist er logisch. So viel zum Fasch. Wir haben gelernt, der Fasch hat also in erster Linie was zu tun mit was? Hat zu tun mit den Bedingungen, die gestellt worden sind in den Verträgen. Wir kommen jetzt zur zweiten Art von Vertragsauflösung. Das ist Al-Talaq. Al-Talaq, liebe Geschwister, bedeutet, dass der Mann selbst die Scheidung ausspricht. Und das ist eine Sache, da muss man sehr aufpassen, weil der Mann kann dadurch seine Familie ruinieren. Denn wenn er die Scheidung ausspricht und sagt, meine Frau so und so ist geschieden, ist Talik oder Ähnliches, dann ist das ein Wort, das man nicht mehr zurücknehmen kann. Und kein Gelehrter der Welt kann das wieder rückgängig machen. Das geht nicht. Und deswegen muss man sehr aufpassen. Dieser Talak soll eine Lösung für Probleme sein und soll keine Probleme erschaffen. Dieser Talak ist von dreierlei Art. Es gibt drei Arten von Talak. Die erste Art ist Al-Talaq Al-Sunni. Das heißt, der Talak, der mit der Sunna des Propheten Sa'a Sanna übereinstimmt. Der zweite Talak ist Al-Bid'i. Das ist der Talak, der nicht mit der Sunna des Propheten Sa'a Sanna übereinstimmt Was bedeutet Talak, Sunni, Bid'i und weder noch? Warum sollten wir das wissen? Das ist ein wichtiges Thema. Weil auch wenn man sich trennt, wenn man geheiratet hat, gemäß dem Quran und Sunna, soll man sich auch wieder, wenn man sich trennt, gemäß dem Quran und Sunna trennen. Der Talak Al-Sunni ist der Talak in Bezug auf eine Frau, zu der man bereits eingegangen ist. Und sie bekommt ihre Periode. Das heißt, sie ist eine erwachsene Frau. Aber sie bekommt ihre Periode. Und er findet statt in einer Phase, in der sie keine Periode hat. In der sie keine Periode hat. Oder Das heißt, in der sie keine Periode hat. Das heißt, sie ist rein. Und es hat kein Geschäftsverkehr stattgefunden. Tayyib. Nochmal. Das ist eine Frau, die ihre Periode bekommt. Das heißt, sie ist erwachsen. Das nennt man damit. Man meint damit, sie ist nicht zu klein. Und sie ist nicht, das heißt, sie ist nicht zu klein, dass sie noch keine Periode bekommt. Und sie ist nicht zu alt, dass sie schon ihre Periode nicht mehr bekommt. Diese Frau, wenn man schon zu ihr eingegangen war, also in der Regel, das ist der Regelfall, und sie befindet sich in einer Reinheitsphase, Tuhur auf Arabisch, und in dieser Phase hat kein Geschäftsverkehr stattgefunden, das ist Al-Talaq Al-Sunni. Das ist Al-Talaq Al-Sunni. Mit anderen Worten, du kannst daraus Schluss folgern, du darfst eine Frau nicht scheiden lassen, Talaq machen, während sie ihre Periode hat. Während der Menstruation, während der Hayd, ist es Haram, dass man das macht. Und deswegen, als das einmal zur Zeit des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, passiert ist, von Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumma, hat extra seinen Vater Umar radiyallahu an den Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, darüber gefragt, und hat ihn angeordnet, seine Frau wieder sogar zurückzunehmen, und zu warten, bis sie rein wird, und wenn sie rein wird, und kein Geschäftsverkehr stattgefunden hat, dass er dann erst den Talaq spricht. Und dann, die zweite Art von Talaq Sunni, ist die gleichen Bedingungen, außer, dass die Frau schwanger ist. Weil wenn eine Frau schwanger geworden ist, das heißt, man erkennt die Schwangerschaft schon, das heißt, es ist eine Reinheitsphase, die Geschäftsverkehr hat stattgefunden, sie ist schwanger geworden, sobald die Schwangerschaft bestätigt ist, hat der Mann auch wieder das Recht, den Talaq in diesem Fall zu sprechen. Die Idda ist dann anders, darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal, oder die Idda ist in diesem Fall, bis sie ihr Kind zur Welt bringt, und nicht eben drei Zyklen, wie wir nachher sehen werden, aber er hat das Recht, wenn es eine Reinheitsphase war, und die Geschäftsverkehr stattgefunden hat, den Talaq zu sprechen, unter der Bedingung, dass die Schwangerschaft festgestellt worden ist. In anderen Worten ist es sichtbar, dass sie schwanger geworden ist. In diesem Zusammenhang ist es für den Gelehrten eine Selbstverständlichkeit, aber für viele Leute leider keine Selbstverständlichkeit, dass der Talaq nur einmal gesprochen werden darf. Der Talaq darf nur einmal gesprochen werden. Es ist Haram und eine Bid'a und verboten, dass ein Mann zu seiner Frau sagt, du bist dreifach geschild. Die Katastrophe ist, dass manche Leute sogar denken, dass das so sein muss. Manche Leute sagen, ich dachte, man muss das so machen. Das ist verboten. Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, als das passiert ist, hat er gesagt, spielt ihr etwa mit dem Buche Allahs, noch während ich unter euch wohne? Die Sunnah ist, dass man, wenn man den Talaq spricht, die Bedingungen eigentlich gesagt habe und, dass man es genau ein einziges Mal sagt. Du bist Talaq, das war's. Und natürlich, dass man das auch bezeugen lässt, von zwei muslimischen, redlichen Männern. Die zweite Art von Talaq ist Al-Talaq al-Bidhi. Al-Talaq al-Bidhi ist derjenige Talaq, der stattfindet, wenn die Frau ihre Periode hat. Das ist Haram und Al-Bidha. Und die allermeisten Gelehrten sagen, dass er trotzdem gilt als Strafe für denjenigen, der das gemacht hat. Und die zweite Form von Talaq al-Bidhi ist, wenn es gesprochen wird nach, wenn es gesprochen wird während einer Reinheitsphase, die ist Tahir, oder Tahira, während der Tuhir-Phase und der Geschäftswerke hat stattgefunden, aber es ist nicht klar, ob die Schwanger ist oder nicht. Das ist der zweite, das ist der zweite Fall von Talaq al-Bidhi, wo es Haram ist, dass man den Talaq spricht. Okay. Dann gibt es die dritte Kategorie, haben wir gesagt, von Talaq, wenn er gesprochen wird, dass die dritte Kategorie ist, wenn es weder Bidhi ist, noch Zunni ist. Das ist der Talaq, der stattfindet, bevor man zur Frau eingegangen ist. Beispiel, man heiratet eine Frau und noch bevor man zu ihr gegangen ist, trennt man sich sofort von ihr und sagt, du bist Talaq. Das sind mein Talaq, weder Sunni noch Bidhi. Dieser Talaq ist gültig und gilt auch sofort. Der zweite Fall ist, wenn man den Talaq spricht zu einer Frau, die gar keine Periode bekommt. Das heißt also, weil sie noch zu jung ist oder weil sie noch zu alt ist. Jetzt haben wir drei Kategorien kennengelernt. Natürlich, der Einfachheit halber, fassen wir nochmal zusammen, der Regelfall ist, auch wenn ich das als Einfachheit halber, der Regelfall ist für einen Muslim, wenn er, wer heißt es, den Talaq sprechen möchte, empfehlen wir ihm natürlich erst einmal, die bekannten Instanzen zu durchlaufen, dass man nicht das zu voreilig macht. Man soll sich beraten lassen, man soll gucken, wie man den Konflikt löst und so weiter und so fort, aber das ist nicht unser Thema. Aber wenn er sich entschieden hat, dann soll er warten, gucken, bis die Frau Tahirah ist, bis sie rein ist und in der Phase, wo kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, in diesem Fall holt er sich zwei muslimische, männliche, redliche Zeugen und spricht den Talaq vor ihnen ein einziges Mal aus. Was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich, dass jetzt eine Idda beginnt. Die Idda ist jetzt die Nachphase, wie wir gesagt haben, die Nachphase der Ehe. Die Frau gilt in dieser Nachphase der Ehe noch als rechtmäßige Ehefrau. Sie gilt als Ehefrau. Wie Allah sagte, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا Das heißt, und ihre Ehe-Männer haben Ehe-Annech darauf, sie wieder zurückzunehmen, wenn sie Frieden stiften wollen. Und hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Mann als Ehemann bezeichnet, obwohl er den Talaq Raj'i, diese wiederhufliche Scheidung, schon gesprochen hat. Tain. Jetzt, in dieser Phase, wie lange dauert diese Phase? Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wie lange diese Phase, wie diese Phase berechnet wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Qur'an al-Karim, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَا بِأَنُشُسِهِنَّا يَهِنَّا ثَلَاثَةَ قُرُواً Dieses Wort Quru' in der arabischen Sprache kann zwei Sachen bedeuten. Entweder Reinheitsphasen oder Periodenphasen. Sprachlich gesehen, beides kann man verstehen darunter. Und dementsprechend, wenn wir sagen, damit sind die Periodenphasen gemeint, würden wir die Periode, und es sind drei, wie Allah sagte, drei Quru' also ich habe das nicht auf Deutsch übersetzt, was die Eier sinngemäß bedeutet, diejenigen Frauen, die geschieden worden sind, sie sollen drei Quru' abwarten. Und die Frage ist jetzt, was Quru' bedeutet. Quru' haben wir gesagt, bedeutet entweder Reinheitsphasen oder Periodenphasen. Wir gehen jetzt mal vom ersten Fall aus, dass damit die Periodenphasen gemeint sind. Dann zählen wir, wir wollen auf drei kommen. Wir sind jetzt gerade in einer Phase, die Scheiden gesprochen, in was für einer Phase? Tahara. In einer Reinheitsphase wurde es gesprochen. Und wir gehen davon aus, dass sie nicht schwanger ist. Das heißt, es wurde in einer Reinheitsphase gesprochen. Dann zählen wir, die Reinheitsphase interessiert uns jetzt, als Zahl nicht, weil wir wollen drei Perioden zählen. Nach dieser Ansicht. Also warten wir, bis ihr ihre Periode bekommt. Zum ersten Mal. Dann wird sie wieder rein. Dann bekommt sie ihre Periode zum zweiten Mal. Dann wird sie wieder rein. Dann bekommt sie ihre Periode zum dritten Mal. Und dann, sobald sie wieder rein wird, sobald sie wieder rein wird, ist sie dann endgültig geschieden. Das heißt, manche Leute sagen drei Monate. Es sind nicht drei Monate, drei Monate sind es für eine Frau, die keine Periode bekommt, weil die Zungen da zu alt sind. Aber hier, das sind keine drei Monate ganzer. Es kann mehr oder weniger sein, je nachdem. Also, mal ein paar Tage mehr, mal ein paar Tage weniger, je nachdem, wenn die Scheidung gesprochen kommt. Aber hier haben wir ein Beispiel, wenn wir von den Perioden ausgehen. Tye. Natürlich, die Gehörten besprechen auch die anderen Fälle. Es gibt Frauen, die keine Periode bekommen, wie wir gesagt haben, aufgrund von Schwangerschaft. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht den klassischen Fall. Und das andere lassen wir für die ausführlicheren Vorträge oder Bücher. Tye. In dieser Phase, haben wir gesagt, gilt die Frau als Ehefrau. In dieser Phase hat der Mann jederzeit das Recht, vor zwei Zeugen diese Frau wieder zurückzunehmen. Wie geht das ganz einfach? Er sagt, ich möchte die Frau wieder zurücknehmen. Irgendwas soll er sagen, was darauf hinweist, dass er diese Entscheidung zurücknehmen möchte. Das darf er. In dieser Phase. Wenn er das macht, dann ist es wieder ganz normal seine rechtmäßige Ehefrau. Und es wird ihm eine Scheidung gut geschrieben, schlecht geschrieben. Also einmal hat er dann sich von ihr scheiden lassen. Egal, ob er sie zurücknimmt oder nicht zurücknimmt. Das gilt als eine Scheidung, sobald er es gesprochen hat. Während dieser Phase darf die Frau auch nicht das Haus in Anführungszeichen verlassen, in dem Sinne, dass sie sagt, ich ziehe um, ich gehe zurück zu meinen Eltern oder ähnliches. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala extra diese Phase gemacht, damit man sich besinnt und damit man versucht, wieder zusammenzukommen. Und es ist bekannt, je länger man auseinander lebt, je länger man voneinander weglebt, desto eher lebt man auseinander tatsächlich und wird unabhängig voneinander. Deswegen ist es eine verankerte Sache im Koran im Karin, wo all das Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Surat al-Talaq La tuhridji hunna min buyuti hinna wa la yakhrujna La tuhridji hunna min buyuti hinna wa la yakhrujna Das heißt, ihr sollt sie nicht aus euren Häusern vertreiben und sie sollen auch nicht ihre Häuser verlassen. Ganz klar im Koran im Surat al-Talaq. Wenn wir davon ausgehen, dass mit den drei Zyklen, drei Reinheitsphasen gemeint sind, dann ist die Phase offensichtlich ein bisschen kürzer. Denn die Reinheitsphase, in der der Talak stattgefunden hat, ist schon Nummer eins. Und es kann ja sein, dass der Talak am Ende des Monats ausgesprochen worden ist. Deswegen, wir haben eins. Dann bekommt sie ihre Periode, dann kommt die zweite Reinheitsphase. Dann kommt sie ihre Periode, dann kommt die dritte Reinheitsphase und sobald sie wieder ihre Periode bekommt, sind die drei Reinheitsphasen zu Ende. Und dann, und diese Phase, das ist die Phase, wie wir gesagt haben, das nennt man die widerrufliche Phase. In dieser Phase gilt sie als die rechtmäßige Ehefrau, ganz normal. Und in dieser Phase, auch wie wir gesagt haben, im ersten Vortrag, darf niemand ihr eine Heiratsandeutung machen. Weil es wäre fatal. Weil diese Phase ist dafür gedacht, dass man wieder zurückfindet. Und wir jetzt erlauben würden, dass andere Leute hier sagen, pass mal, man hat keine Sorgen, da kommt schon jemand, der wird sich heiraten. Das wäre, also von einem Mann, der das will, das wäre fatal. Weil der Sinn soll sein, dass man wieder zusammenkommt. Und wenn nicht, dann wird man drei Monate aushalten, ungefähr, wenn ihr jetzt drei Monate, wird man aushalten, dann weiß man auch, dass man tatsächlich nicht mehr zusammenbleiben möchte. Okay. Auch beim Talak gilt, entweder war es der Mahr definiert, oder es war nicht definiert. Und entweder der Talak hat stattgefunden, vor dem Eingehen, oder nach dem Eingehen. Und wenn ihr die gläubigen Frauen geheiratet habt, und ihr euch dann von ihnen scheiden lasst, und auch bevor ihr sie berührt habt, dann gebt ihnen eine Abfindung. فَمَتِّعُهُنَّ Das heißt, gebt ihnen eine Abfindung. Das heißt, Entschuldigung, die Eingehen heißt, فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَ الدُّنَ Das ist, was ich meinte. Das heißt, dann gibt es keine Wartezeit, die ihr abwarten müsst. Dann gibt es keine Wartezeit, die ihr abwarten müsst. Die Wartezeit beginnt erst, wie gesagt, nach dem Dukhur. Und sie ist in dem Fall, wie wir gesagt haben, dass die Frau ihre Periode bekommt, drei Zyklen. Wenn sie noch zu jung war oder zu alt war, sind es drei Monate. Und wenn sie schwanger war, bis ihr Kind zur Welt kommt. TAY Da kommen wir zum dritten Fall. Der dritte Fall ist der, vielleicht auch ein wichtiger Fall, ist Al-Khul'i. Der dritte Fall ist Al-Khul'i. Al-Khul'i, liebe Geschwister, Al-Khul'i bedeutet, unter anderem ausziehen. Und gemeint ist, ihr wisst ja, Allah sagt im Koran al-Karim, HUNNA LIBASUN LAKUM WU ANTUM LIBASUN LAHUN Okay? Das heißt, ungefähr übersetzt, sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Weil man ist füreinander da, man beschützt sich gegenseitig und so weiter und so weiter. Alles, was dieses Wort impliziert an Bedeutung. Und Hul'i bedeutet, dass man dieses Kleid wieder ausziehen möchte. Okay? Und die Frau hat im Islam dieses Recht bekommen, das zu sagen, das zu verlangen. Und dieser Hul'i hat stattgefunden, auch zur Zeit des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Und das weist darauf hin, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, auch wenn sie die besten Menschen gewesen sind, kann es hin und wieder dazu kommen, dass man sich nicht versteht. Das heißt, auch ein gläubiger Mann und eine gläubige Frau, der hat Iman, der hat Iman, der betet und der betet alles religiös. Trotzdem kann es sein, dass man sich nicht versteht. Es ist nichts Abwägiges, es kann passieren und es ist auch keine Schande, weil wir gesagt haben, solche Sachen sollen ja eine Lösung für Probleme sein und sollen sie ja nicht etwa erschaffen. Hier ist wichtig natürlich anzumerken, dass eine Frau Al-Khul'i nur verlangen darf, wenn es wirklich einen guten Grund dafür gibt. einen wirklich guten Grund dafür gibt. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das heißt, sinngemäß übersetzt, Thawban r.a. ein Bericht, der Gesandt Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, einer Frau, die von ihrem Ehemann die Scheidung ohne bedeutenden Grund verlangt, ist der Geruch des Paradieses verboten. Und wenn man sagt, der Geruch des Paradieses ist verboten, das heißt, das ist ein Ausdruck dafür, dass sie nicht nur nicht ins Paradies kommt, sondern, dass sie sogar weit davon entfernt bleiben wird. Und das ist eine harte Drohung. Was das konkret bedeutet, ist das Thema der Aqida nicht bei uns jetzt hier. Wir reden über dieses. Wir wissen, wir entnehmen daraus, dass es Haram für sie ist, die Talak zu verlangen, ohne rechtmäßigen Grund. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was sind rechtmäßige Gründe. Aber das Problem ist, liebe Geschwister, man kann nicht eine Liste schreiben und sagen, Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind die Gründe, und dann ins Internet stellen und dann die Frauen kommen zur Moschee und sagen, einmal Nummer 3 und du sagst, einmal Nummer 4, ich Nummer 5, Nummer 6. Das klappt nicht, weil wir wollen den Leuten ja keinen Grund geben, sowas zu machen, sondern wenn jemand, wenn eine Frau schon kommt, im Islam zum Richter kommt und diese, diesen Schritt macht, das heißt, das ist eine gewaltige Sache. Nicht jeder geht wegen dem Problem gleich zum Gericht, aber wenn eine Frau sich überwindet, zum Gericht zu gehen und die Scheidung zu verlangen, das heißt, da ist schon viel passiert. Und deswegen, es ist hier in diesem Fall, jetzt spreche ich natürlich den Richter an und nicht den Imam der Moschee und so. Deswegen ist in diesem Fall der Richter, ist angehalten, ihrer Aufforderung sofort nachzukommen, wenn ihre Aufforderung wie richtig ist. Sofort. Das heißt, ein Richter hat nicht das Recht, in diesem Moment, wenn die Frau kommt und den Chul' möchte, diesen Talak sozusagen möchte von ihrerseits, er hat nicht das Recht, sie hinzuhalten. Er hat nicht das Recht, zu sagen, komm, wir versuchen erst mal, was zu tun. Das darf er nicht. Weil er ist Richter und er ist kein Friedensstifter. Wenn es um Friedensstiftung geht, geht man zum Imam der Moschee, zum Stammeshäuptling, zum Ältesten der Familie oder zum Vater, zum Schickervater oder Ähnliches. Aber wenn es um so etwas geht, zum Gericht, dann der Richter muss gemäß dem Recht urteilen. Und deswegen, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat das auch gemacht in einer sehr berühmten Begebenheit. und ich lese euch den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor, in der es folgendes heißt, Aisha berichtet, dass Habiba, die Tochter von Sahal, bei Thabit ibn Qais war. Es geht also um Habiba und Thabit ibn Qais, radiallahu alaihi wa sallam. Er schlug sie und brach ihr dabei etwas. Daraufhin ging sie nach dem Morgengebet, nach dem Pfejr-Gebet zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, und beschwerte sich bei ihm, über ihn. Dann rief der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Thabit, und sagte, also, dazwischen ist was passiert, er hat gesagt, ich möchte mich von ihm trennen. Daraufhin sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu Thabit ibn Qais, nimm einen Teil ihres Vermögens und trenn dich von ihr. Auf Arabisch, خذ بعضا ماليها وفارقها. Daraufhin sagte er, radiallahu alaihi wa sallam, Thabit, geht das? Er sagte, ja. Daraufhin sagte Thabit, ich habe ihr zwei Gärten geschenkt, also als Mahr, als Brautgabe. Ich habe ihr zwei Gärten geschenkt, die sie noch besitzt. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, nimm sie beide und trenn dich von ihr. Dies tat er dann auch. In einer anderen Überlieferung, der gleichen Begebenheit, heißt es von Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anhum, er überliefert, er sagte, dass die Frau von Thabit ibn Qais einmal zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ging und sagte, O Gesandte Allahs, ich werfe Thabit ibn Qais weder hinsichtlich etwas, ich werfe Thabit ibn Qais weder etwas hinsichtlich seines Charakters, noch hinsichtlich seiner Religiosität vor. Aber ich verabscheue es, als Muslimer undankbar zu sein. Da sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, gibst du ihm seinen Garten zurück? Sie sagte, ja. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu Thabit, auf Arabisch, iqbali al-hadika wa talliqa tattliqa Nimm den Garten an und lass dich einmal von ihr scheiden. Aus diesem Hadith, was bedeutet es, sie sagte, im Arabischen heißt es, auf Arabisch heißt es, ma a'atibu alaihi fi khuluqin waladin walakinni akrahu al-kufra fil-Islam. Die Gelehrten haben gesagt, gemeint ist, Kufr heißt ja unter anderem auch undankbar sein. Und gemeint ist, haben die Gelehrten gesagt, die Erläuterung des Hadiths unter anderem gesagt, dass sie ihrem Ehemann gegenüber Angst hat, die Pflichten nicht erfüllen zu können. Denn zur Dankbarkeit gehört es, dass sie ihrem Ehemann gegenüber aufrichtig ist, dass sie ihrem Ehemann gegenüber freundlich ist, dass sie ihm gegenüber zur Seite steht und ihm hilfsbereit ist und so weiter und so fort. Und sie, weil sie irgendetwas an ihm nicht mochte, hat sie Angst, dass sie ihre Pflicht als Ehefrau nicht mehr erfüllen kann. Und deswegen hat sie diese Sache verlangt. Und hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam gesagt, komm, wir versuchen es nochmal, lass uns einmal zusammen reden und schauen wir, wie die Sache läuft. Nein. Weil der Prophet alaihi wa sallam, man nennt es auf Arabisch Shachsiyat al-Rasul, ist unterschiedlich. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn er spricht, das ist eine sehr wichtige und interessante Thematik im Fiqh, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht, dann spricht er manchmal als Prophet. Und manchmal spricht er als Richter. Und manchmal spricht er in Anführungsstrichen als gewöhnlicher Mensch. Und das ist sehr interessant. Weil, als zum Beispiel eine Frau einmal zum Propheten Sallallahu alaihi wa sallam kam und ihn sich beim Propheten beschwert hat, sallallahu alaihi wa sallam, dass ihr Ehemann ihr nicht genug Geld gibt. Tawib, vielleicht kennt ihr viele, wo ich dir begeben habe. Daraufhin hat der Prophet alaihi wa sallam zu ihr gesagt, Nimm dir einfach von deinem Ehemann, was genau dir und deinen Kindern reicht. Nimm dir gerade so viel, wie du brauchst. Nicht mehr, nicht weniger. Und so hat er ihr erlaubt, das zu machen. Das Interessante ist, er hat aber nicht die andere Seite angehört. Er hat nicht die andere Seite angehört. Könnte sein, dass ihr Mann sagt, das stimmt überhaupt nicht, ich gebe ihr genug und sie ist eine Verschwenderin. Deswegen haben manche gesagt, der Prophet alaihi wa sallam hat in dieser Antwort nicht als Richter fungiert, sondern als Mufti. Das bedeutet was? Wenn der Fall genauso ist, wie du gesagt hast, dann gilt das und das. Aber ich urteile nicht zwischen dir und deinem Ehemann, weil ich habe deinen Ehemann gar nicht angehört. Und das ist ein großer Unterschied. Nicht, dass jemand sich auf diese Hadithe stützt und denkt, er kann unter den Leuten urteilen, ohne das Gegenüber gehört zu haben. Also wir lernen hier, dass schlechter Umgang, wie zum Beispiel schlagen, bis man jemandem Zahn oder Rippe bricht, dass es ein Grund ist für die Frau. Dass sie ein Grund ist für die Frau, dass sie sich von diesem Mann trennen möchte. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihr ein Recht gegeben hat, wegen schlechter Behandlung und schlechter Behandlung, ist zweifellos ein Grund. Dann muss man aufpassen. Wie gesagt, natürlich versuchen wir immer, die Konflikte einzudämmen, die Konflikte zu lösen, soweit es geht, aber Recht ist Recht. Ich kann niemanden dazu zwingen, von seinem Recht abzusehen. Sogar das Aussehen kann eine Rolle spielen. Und aus dem Hadith von Thabit ibn Qais ergibt sich, dass eine Frau das Recht auf Khul'ah auch hat, weil es gibt verschiedene Berieferungen zu diesem Hadith, die verschiedene Gründe nennen. Und das ist die Barakah, die in diesem Hadith steht. Und zwar hat sie auch das Recht, wenn sie etwas an seinem Körper auszusetzen hat und deswegen nicht mehr mit ihm zusammen sein kann. Aber es gibt Dinge, da kann man nicht. Seine Frau hat nämlich die Trennung gefordert, weil sie sein Aussehen auch verabscheute und ihn hässlich fand, wie es in manchen Berieferungen heißt. Und der Prophet akzeptierte ihre Begründung. Und genauso Mangel an Religiosität, logischerweise. Denn solche Sachen begründet man mit Al-Qiyas al-Aula. Also wenn das eine, dann erst recht, wenn es um die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala geht. Oder angenommen, er gibt ihr nicht genug und ähnliches. Also gibt ihr nicht genug unterhalten, sie muss hungern oder gibt ihr nicht genug, obwohl er geben könnte und sie braucht mehr und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Gründe und in diesem Fall die Frau darf sich freikaufen und wodurch? Durch das Geschenk, was sie damals von ihrem Ehemann bekommen hat. Vielleicht angenommen, sie hatte damals 5000 Euro als Mahr bekommen, als Brautgabe bekommen, dann darf der Mann, natürlich wenn er ein Vernünftiger ist und manchmal, das heißt manchmal, kommt es auch zu Einigungen, es gibt ja nicht immer nur Konflikte, man kann sich auch einigen, gehört es zur guten Tat, dass der Mann natürlich nicht das Gesamte zurückverlangt, sondern ein Teil davon. Aber er darf nicht mehr verlangen, gemäß der richtigen Ansicht, der Ansicht der Mahi, der Gelehrten, er darf nicht mehr verlangen, als er damals gegeben hat. Er darf nicht mehr verlangen, als er damals gegeben hat. Und so sehen wir, liebe Geschwister, dass der Islam, Alhamdulillah, für jedes Problem eine Lösung hat. Und an dieser Stelle möchte ich zum Abschluss einen Ratschlag geben, der von entscheidender Bedeutung sein kann. Sehr oft werden Heiratsverträge geschlossen und die werden nicht richtig aufgesetzt. Und damit meine ich konkret, wir befinden uns hier in Deutschland und dann kommt immer diese Frage mit, soll man standesamtlich vorher heiraten oder nicht standesamtlich vorher heiraten und so weiter und so fort. Und uns geht es jetzt gar nicht um, ob man mit dem Gesetz in Konflikt kommt oder nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich kann nur als Ratschlag geben, dass es sehr viel Sinn macht, dass es sehr viel Sinn macht, dass man die standesamtliche Angelegenheit vorher klärt. Das heißt, dass man sich vorher standesamtlich verheiratet und danach die islamische macht oder das eine hinter dem anderen zügig nachhört. Warum sage ich das? Weil das große Problem ist was? Das große Problem ist, wenn die Frau sich trennen möchte. Wenn die Frau sich trennen möchte und diese Ansprache gilt besonders an die Vormünder, denn wenn die Frau sich trennen möchte, hat sie keine Möglichkeit. Und es gibt keinen Imam, es gibt hier keine muslimischen Richter und es gibt keine Imame, die diese Funktion übernehmen können und sie hat nicht die Möglichkeit, sich zu wehren. Das heißt, wenn sie sich trennen möchte, dann muss sie darauf hoffen, dass der Mann sagt, den Talach ausspricht. Aber wenn der Mann den Talach nicht ausspricht, hat sie ein Problem. Und dieser Konflikt ist bekannt und der kommt häufig vor. Also häufig, wenn die Frau sich trennen möchte, dass der Mann sagt, nein, ich will nicht. Es gibt auch Vernünftige, die dann sagen, okay, wenn sie schon nicht will, dann will ich auch nicht. Aber nicht immer ist es so. Und diese Sache löst dieses Problem. Es gibt inshallah auch andere Lösungen, aber das ist inshallah eine Lösung, um dieses Problem zu lösen. Möge Allah euch belohnen, für eure Aufmerksamkeit, durch Segen für eure Anwesenheit. Und barakallah fikum und jazakum und Allah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. für euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.